So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Pass of Titans, zu einem weiteren Video Und zwar zu dem Pygno TLC, der auch jetzt ziemlich überraschend und ohne jede Vorankündigung rausgekommen ist Heißt, man hat den Pygno überarbeitet und ich möchte euch gerne mal ein paar Bildvorschläge zeigen Hab auch schon mit ihm gefightet, liege jetzt hier an meinem Nest am Ripple Beach Und hoffe, dass uns während dieser Live-Videoaufnahme kein anderer Gegner hier stört Das werden wir dann hier sehen Ich will euch mal ein paar Bildvorschläge zeigen, wie ich ihn tatsächlich aktuell spiele Und wie ich ihn spielen würde Gibt ja mehrere Möglichkeiten Jetzt gibt es auch wieder viele, die sagen, er ist verschlimmbessert worden Aber alles der Reihe nach Ja, ich zeige euch jetzt mal, welche Fähigkeiten er aktuell quasi hat Und was ich persönlich empfehlen würde, das wäre jetzt also mein erstes Bild für euch Was ich euch empfehlen würde Und dann zeige ich euch, wie man ihn aber auch noch spielen kann Zuerst mal hier eine neue passive Fähigkeit Dass ihr im Prinzip Aktiven Damage Hier der reinkommt, den ihr also kassiert Den könnt ihr quasi hier passiv Quasi abschwächen bis zu fünfmal Also maximal 50% weniger reinkommender Schaden Da es hier eh bloß eine Möglichkeit gibt Macht es einfach rein Das schadet ja auch nicht Ist auch völlig in Ordnung Beim Kopf gibt es jetzt den neuen Head Slam Den zeige ich euch gleich mal Ansonsten gibt es den normalen Bite Also den Biss, den ich auch nach wie vor drinne lasse Werde ich euch gleich erklären, warum Dann gibt es hier einen schnellen Kopfstoß Und den Horn Swipe Und die beiden Geben euch im Prinzip Rückstoß Ja, also die Nocken euren Gegner weg Ich konnte damit noch nie so richtig beim Pygner was anfangen Muss ich dazu sagen Aber ich versuche euch auch zu begründen Warum ich das mit dem Biss Und diesem Head Slam aktuell spiele Macht auf jeden Fall Sinn Juggernaut ist eine erste neue Fähigkeit Darüber lässt sich vortrefflich streiten Denn ihr seht es 50% mehr Schaden Wenn ihr euch schnell bewegt oder lauft Aber 75% weniger Schaden Wenn ihr euch langsam bewegt Oder zum Beispiel einem Gegner gegenüber steht Oder ihr euch irgendwo auf einer Anhöhe verteidigt Gegen ein, zwei Gegner Und eben nicht lauft und euch schnell bewegt Und euch dann zum Beispiel mit dem Biss verteidigt Dann habt ihr 75% weniger Schaden Mouth Guard Mouth Guard ist Wenn ihr was im Mund habt Kann ein Stück Fleisch sein Kann ein Knochen sein Oder sonst irgendwas Dann kriegt ihr weniger Recoil Damage Von euren eigenen Attacken Also diesen Rückstoßschaden Der ansonsten auch Je nachdem was ihr hier an Builds drinne habt Und Fähigkeiten Also Der euch ja Denn beim austeilenden Schaden Auch ein bisschen Selber Zurückspielt An Schaden sozusagen Stability Juke und Charge Verbrauchen weniger Ausdauer Und sie haben schnelleren Cooldown Das ist die neue Schwanzattacke Das schauen wir uns gleich mal an Dann habt ihr hier den Hyper Carnivore drin Kann man nicht ändern Der Pygno ist schon im Moment recht hungrig Muss ich sagen Also lange mit dem Rumrennen und Nix Fressen Funktioniert gar nicht Aber ich habe das letztens schon thematisiert Das denke ich mal Werden sie wieder ein bisschen zurückschrauben Weil diese Änderungen In dem In den Fressverhalten Und was ihr Wenn ihr Aasfresser drin habt Oder das hier nur Fleisch Mir ist die Änderung ein bisschen zu krass Aber das soll gar nicht Thema von diesem Video sein Ihr könnt bei ihm nur Hyper Carnivorein machen Da habt ihr gar keine zweite Wahl Oder gar keine andere Auswahl Besser gesagt Ja hier muss ich sagen Sind alle drei Neun Fähigkeiten eigentlich ganz geil Heilung von Blutungen und Giften Um 30% Ist sicherlich bei ihm genauso sinnvoll Second Wind Wenn ihr einen Hit in einem Combat Also sprich Wenn ihr eine Schadenattacke abbekommt Bekommt ihr zwei Einheiten Ausdauer zurück Eigentlich auch nicht verkehrt Hier habt ihr 20% Verbesserung eurer Heilung Also sprich eurer Lebenspunkter Heilung Müsst ihr aber auch erst mal mit dem Symbol Out of Combat sein Weil sonst greift das eh nicht Ich glaube ich würde jetzt hier tatsächlich Den Second Wind mal drinnen lassen Bei Beine Langstreckenläufer Nach wie vor habe ich es drin Hier könnte ich mir durchaus vorstellen Auch das mal rein zu machen Die Braced Legs Weil ihr zum Beispiel Wenn ihr hoch lauft Einen Berg hoch Dann gibt es keine Tempo Verschleppung sozusagen Ansonsten lauft ihr ja Wenn ihr einen Berg hoch lauft Normalerweise mit euren Dinosauriern Ein bisschen langsamer Und das wird hiermit ignoriert Also ihr lauft auch einen Berg Oder eine Anhöhe Genauso schnell hoch Bei Sprint beispielsweise Als wenn ihr normal geradeaus lauft Das ist eigentlich gar nicht schlecht Muss ich sagen Verbessert den Speed Wenn ihr Berg runter lauft Bei 10% Und verringert auch den Fallschaden Um 10% Ich habe aktuell noch Langstreckenläufer drinnen Weil ich es einfach mag Wenn er den Ausdauerverbrauch beim Rennen Um 15% reduziert Aber ich würde auf Sicht fast sagen Dass das hier durchaus Eine interessante Option ist Starke Beine 40% weniger Rückstoß Und Heilung von Knochenbrüchen Macht eigentlich wenig Sinn Das ist eine gute Idee hier glaube ich Aber das habe ich noch drin Das muss ich mir dann erstmal Mit den nächsten Münzen freischalten So Hinterbeine Ich mag das Stürmen eigentlich noch nicht tauschen Weil ich finde Das ist eine Grund Eine Grundidee beim Pygno Erstens gar nicht unbedingt Weil ihr damit Schaden verursachen könnt Wenn ihr jemanden anrennt sozusagen Natürlich auch Aber das ist auch in Verfolgerduellen Immer eine taktisch gute Option Wenn einer Sag ich mal In eurer Geschwindigkeit Vor euch wegläuft Ihr kommt dann mit diesen Stürmen Halt auch ein paar Meter Doppelt so schnell voran Ja Und könnt den Gegner Ganz gut damit einholen Das bin ich noch nicht bereit Zu tauschen Hier gibt es dieses Juke Und hier gibt es diesen Aufladbaren Schwanz Diese beiden Sachen Sind auch ganz interessant Der Juke Ist eine 180 Grad Drehung Quasi auf der Stelle Auch das werde ich mal probieren Das Den aufladbaren Schwanz Werde ich auch mal probieren Aber Stand jetzt Ist für mich Stürmen Eigentlich ein Must have Jetzt seht ihr natürlich Dass ich jetzt hier Eigentlich mit Irgendwelchen Knockback Fähigkeiten In diesem Bild Gar nicht arbeite Ja Ähm Deswegen habe ich hier Deep Breeze Reingemacht Und Verbessert eure Ausdauerregeneration Wenn ihr trottet Oder geht Bei 20% Für eine Minute Kann zweimal Ähm Gesteckt Also gesteigert werden Und ist nur Im Kampf Verfügbar Also Also dann nicht vergessen Das anzustellen Gibt euch also Mehr Ausdauer zurück Und das ist ja ganz gut Weil wenn ihr den Juggernaut Drinnen habt Ja Wo ihr ja 50% mehr Schaden Verursacht Wenn ihr euch einfach Schnell bewegt Das müsst ihr immer Im Hinterkopf haben Wenn ihr Juggernaut Drinnen habt Ihr müsst euch bewegen Einen Gegner 1 gegen 1 Äh Zu beißen Mag bei kleineren Dann noch fast funktionieren Aber Ihr teilt dann Wesentlich Weniger Schaden aus Juggernaut Bin ich auch noch Nicht so sicher Das ist eine sehr Sehr Kritische Fähigkeit Die wird aktuell In der Pass of Titans Community Sehr kritisch gesehen Weil das Keine gute Mischung Einfach ist Ja 50% Wenn ihr euch Schnell bewegt Oder lauft Mehr Schaden Ist geil Aber wir alle Zu tauschen Zu tauschen Aber ich glaube Der Schwanz Kann auch Eine ganz gute Möglichkeit Sein Weil sich die Gegner Nach wie vor Einfach Gut Bei euch Reinstellen können Bei der Pygno Nicht Sonderlich Wendig Ist Gerade Eine kleinere Bei den Bei den Zwei Bis Slots Einen Knockback Oder Einen Mit dem Kopf Schaden Rein Nehmt Ich würde Diesen Heavy Knockback Auf jeden Fall Nehmen Der teilt Gut Schaden Aus Der Hier Hat Natürlich So ein Biss Auch Eine Verzögerung Seht ihr Habt ihr Gerade Gesehen Aber Teilt Schon Gut Schaden Aus Mit dem Juggernaut Das muss Man Einfach Sehen Ob Sich Das Bewährt Wie Gesagt Vielleicht Baue Ich Auch Mal Den Schwanz Schlag Hier Den Aufladbaren Den Neuen Einfach Mal Test Halber Rein Sicherlich Werde Ich Das Mal Machen Aber Das Wäre Im Moment So Mein Wichtigstes Bild Und Warum Ich Den Bis Trin Hab Ist Eine Ganz Einfache Begründung Leute Mittlere Und Kleinere Gegner Die Um Euch Rum Tanzen Ja Hier Schön Mit L2 Die Die Kriegt Ihr Damit Mit Mit dem Kopfstoß Werdet Ihr Oder Kleine Raptoren Achillivator Ja Also Entweder In die Hocke Gehen Oder Auf Jeden Fall Mit L2 Immer Schön Aufpassen Und Ihr Seht Jetzt Der Der Brauch Schon Aber Das Das geht Schon Na Sich Auch So Zu Verteidigen Aber Genau An dem Punkt Ist Dieses Bild Mit Dem Juggernaut Echt Kritisch Weil So Teile Ich Nur Noch 25 Prozent Schaden Aus Egal Ob Ich So Mach Oder Egal Ob Ich So Mach Und Vielleicht Ist Ein Misch Bild Ohne Den Juggernaut Tatsächlich Das Cleverere Weil Ihr Da Alle Optionen Habt Auch Im Stehenden Zustand Gut Schaden Auszuteilen Und Natürlich Im Laufenden Auch Gut Schaden Austeilt Ja Also Allein Mit Dem Mit Unserem Stürmen Wenn Ihr Da Ein Gegner Trefft Da Teilt Ihr Einfach Gut Schaden Aus Und Juggernaut Das Muss Ich Mal Probieren Wie Gesagt Ich Zeige Euch Das Mal Das Wäre Jetzt So Mein Erstes Empfehlenswertes Bild Diese passive Fähigkeit Sowieso Rein Machen Da Es Keine Andere Gibt Hier Hier Würde Ich Tatsächlich Den Hatslam Rein Machen Und Den Biss Finde Das Einfach Sinnvoller Als Ein Dieser Kopf Stöße Muss Man Einfach Auch Mal Hier An Der Stelle Sagen Ja Und Hier Klar Kann Man Probieren Aber Ich Sag Mal Eine Fähigkeit Von Den Dreien Die Euch Im Fight Er Hilft Ist Natürlich Dann Hier Heilung Von Blutungen Und Giften Oder Natürlich Auch Hier Zweiter Wind Second Wind Das Werde Ich Mal Probieren Auch Das Ist Eigentlich Nicht Schlecht Aber Das Bringt Euch In einem Aktiven Fight Wenn Das Kampf Symbol Da Ist Im Prinzip Gar Nichts Weil Ihr Nur Lebenspunkte Wieder Heilt Wenn Out Of Combat Seid Das War Ja Auch Nicht Immer So Pass Of Titans Ist Aber Eine Änderung Die Es Schon Doch Relativ Lange Jetzt Mittlerweile Auch Gibt Ja Also Von Daher Die Ersten Beiden Hier Eigentlich Die Sinnvolleren Inhaltlich Hier Hatte Ich Drüber Geredet Ja Wenn Dann Braced Legs Oder Langstrecken Läufer Braced Legs Wie Gesagt Ganz Interessant Eigentlich Auch Wie Gesagt Und Gerade Wenn Ihr Denke Das Ist Schon Eine Coole Sache Stürmen Lass Ich Erstmal Drin Schwanz Würde Ich Probieren Das Bulldozer Macht Sinn Wenn Ihr Euer Bild Auf Knockback Baut Weil Ihr Dann Hier 25 Prozent Knockback Boost Für 30 Sekunden Bis Zu Dreimal Kann Man Das Steigern Hier Bekommt Ansonsten Macht Das Hier Schon Sinn Entsprechend Wenn Ihr Regeneration Zu Bekommen Denn In einem Fight Ist Der Pygno Eigentlich Immer Dann Gegen Gegner Gut Und Das War Ja Auch Davor Schon Generell So Wenn Er Sich In Bewegung Befindet Dann Ist Er Gut Dann Könnt Ihr Den Gegner Auch Mal Anstürmen Wie Gesagt Alles Andere Werde Ich Probieren Und Ihr Werdet Jetzt Noch Einen Pygno Gegen Pygno Fight Sehen Wo Ihr Noch Eins Hier Wie Es Ist Und Da Habt Ihr Eigentlich Noch Mal Ganz Gut Gesehen Warum Dieses Juggernaut Bild Dann Teilweise Auch Kein Vorteil Ist Weil Wenn Man Wirklich Mit Dem Gegner Im Stehen Fight Und Das Hat Der Pygno Dann Nachdem Er Mich Angestürmt Ist Auch Zwangsweise Gemacht Weil Ich Dann Auch Einfach Vor Ihm Gestanden Hab Und Mich Mit L2 In Reingedreht Habe Und Dann Ist Der Kampf Trotz Der Tatsache Dass Er Mich Überrascht Hat Dann Schnelle Meine Richtung Gekippt Insofern Sag Ich Es Hier Nochmal Juggernaut Muss Man Wirklich Probieren Eine Letzte Sache Sei Mir Noch An Der Stelle Gesagt Ich Habe Ja Jetzt Quasi Die Sub Spezies Die Mehr Knockback Ich Glaube 15 Prozent Verursacht Und Austeilt Ja Da Ich Natürlich Jetzt Hier Nicht Mehr Wirklich Auf Knockback Gebaut Habe Überlege Ich Natürlich Jetzt Auch Selber Ob Ich Meinen Pygno Auf Die Auf Den Auf Die Sub Spezies Änder Mit Drei Prozent Mehr Schaden Was Definitiv Sicherlich Sinn Macht Oder Vielleicht Auch Die Ich Glaube Die Zweite Sub Spezies Müsste Noch Sein Die Mit Zehn Prozent Mehr Ausdauer Regeneration Wobei Man sagen Muss Mit Dem Second Wind Habt Ihr Im Combat Stamina Also Ausdauer Die Ihr Zurück Bekommt Mit Diesem O2 Gebilde Hier Ganz Rechts Wie Gesagt Da Habt Auch Im Kampf Noch Mal Die Möglichkeit Dass Eure Ausdauer Besser 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 Wieder Hergestellt Wird Insofern Denke Ich Mal Werde Ich Auf Die Drei Prozent Mehr Schaden Sub Spezies Noch Ändern Ich Denke Das Macht Sinn Und Dann Wünsche Ich Euch Jetzt Spaß Bei Meinem Kleinen Gameplay Mit Sage Wieder Einmal Dankeschön Fürs Reinschalten Habt Viel Speiers Weiterhin Auf dem Kanal Mit Diesem Und Anderen Games Bis Zum Nächsten Mal Ciao So Wie Eben Angekündigt Noch Mein Pygno Eins Gegen Eins Fight Den Ich Jetzt Hier Auch Geklippt Habe Und Jetzt Natürlich Auch Für Euch Quasi Nach Kommentiere Ich Bin Jetzt Hier In Der Grasland Savanna Unterwegs Habt Den Juggernaut Nicht Drin Ansonsten Eigentlich Das Bild Im Großen Ganzen Was Ich Euch Auch Entsprechend Gezeigt Habe Als Meine Persönliche Empfehlung Das Ist Hier Drin Und Gleich Kommt Der Überraschende Angriff Ich Hatte Auch Jemanden Gehört Aber Das Ist Schwierig Mit Den Crittern Hier Die Auch Im Savanna Grasland Viel Unterwegs Sind Und Da Kommt Er Schon Angerannt Guckt Mal Hier Macht Er Gut Schaden Aber Jetzt Stehen Wir Natürlich Und Jetzt Seht Ihr Genau Das Was Ich Meine Wenn Er Vermutender Weise Den Juggernaut Nämlich Drinnen Hat Jetzt Hat Er 75 Prozent Weniger Schaden Guckt Euch Das Mal An Wie Schnell Ich Den Auf Einmal Mit Meinem Head Slam Und Meinen Normalen Byte Sag Ich Jetzt Mal Dann Doch Zur Strecke Gebracht Hab Und Das Eigentlich Mit Hälftigen Lebenspunkten Noch Relativ Ja Ich Sag Jetzt Mal Relativ Problemlos Und Das Ist Hier Ein Großer Nachteil Am Juggernaut Weiß Nicht Ob Der Gegner Sich Bewusst War Ich Kann Nur Vermuten Dass Er Das Drinnen Gehabt Hat Er Ist Ja Auch Ausgewachsen Wie Ihr Insgesamt Wirklich Sehr Sehr Gut Zueinander Passen Müssen Und Ihr Müsst Euch Auch Darüber Im Klaren Sein Wenn Ihr Bild X Oder Y Oder Z Spielt Wie Ihr Eine Gute Und Realistische Chance Habt Euren Gegner Zu Bezwingen Ja Also Das Ist Schon Eine Ziemlich Wichtige Sache Ich Werd In den Nächsten Tagen Und Wochen sicherlich Das Eine Oder Andere Bild Mal Probieren Und Dann Gerne Auch Nochmal Video Machen Vielleicht Finde Ich Noch Ein Cooleres Vielleicht Gefällt Mir Eins Noch Besser Als Jetzt Aber Juggernaut Ja Muss Man Probieren Aber Ansonsten Finde Ich Habe Ich Ein Relativ Gutes Bild Gefunden Wurde Er Verschlimmbessert Würde Ich Nicht Sagen Ihr Habt Viel Mehr Optionen Jetzt Den Pygno Auch Zu Spielen Mit Unterschiedlichsten Varianten Ich Hat Wie gesagt Ich hoffe Euch Gefallen Meine Videos Und Ich Wünsche Euch Natürlich Gerne Weiterhin Eine Gute Zeit Und Weitere Pass of Titans Videos Folgen Selbstverständlich Also Gerne Daumen Da lassen Gerne Abo Da Lassen Und Natürlich Auch Euer Feedback Wenn Ihr ihn Bereits Probiert Habt Der Pygno Ist Ja Nicht Unbedingt Dino Der Anfänger geeignet Das Muss Schön Raus Und Ciao Ciao